Hey Freunde, nach langem Hin und Her überlegen, wie ich jetzt meine Kanalvorstellung mache, habe ich mich dazu entschieden, beziehungsweise ist mir der Gedanke gekommen, was wäre dafür besser geeignet, als ein Video von mir selber, beziehungsweise mit mir. Ja, zu mir selber, eigentlich heiße ich Robert, bin 23 Jahre alt und möchte auf dem Channel hier euch eigentlich einfach nur ein bisschen Arti-Spiele näher bringen, die mir tierisch gut gefallen, meine Erfahrung mit den Spielen, was ich mich, beziehungsweise was ich davon halte und euch natürlich mit daran Spaß haben lassen, wenn ich diese Spiele spiele. Diese Spiele spiele, ja. Ja, wie ihr seht, bisher sind noch nicht so viele Videos online, wird sich aber definitiv noch ändern, das kann ich euch zu 99% versprechen. Momentan ist es hauptsächlich Call of Duty 8, äh, Call of Duty 8, ja, eigentlich ist es Call of Duty 10, sprich also Call of Duty Ghost, ist das momentanige Projekt, wo ich dran bin, aber, ja. Ähm, das war es in der Regel erstmal so zu mir, ähm, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Ja, aufnehmen tue ich die, ähm, Spiele selber, beziehungsweise Mikrofon ist momentan leider noch hier das Headset, ist ein bisschen Kacke, weiß ich selber, aber das andere Mikrofon wird innerhalb der nächsten Wochen kommen, das steht eigentlich schon zu 99% fest, das kommt alles zu Weihnachten, auch der Rechner ist ein Selbstzusammengestellter, mit einer, äh, ATI Grafikkarte, ähm, äh, bisher noch nur Dual-Core-Prozessor, auch die Teile werden, äh, an Weihnachten neu kommen, das heißt also, wenn Weihnachten vorbei ist, habe ich hier komplett neue Technik stehen, und in dem Sinne sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr meinen Channel besucht, und, naja, ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ihr euch die Videos anschaut, die ihr, die ihr da unten findet, und, wenn ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge habt, oder auch Wünsche von Spielen, die ihr gerne mal haben möchtet, beziehungsweise die ihr gerne mal sehen möchtet, gebt mir das weiter, wenn es ein Spiel ist, von dem ich begeistert bin, oder von was ich selber zum Beispiel auch noch nicht gespielt habe, und, ähm, ja, dann werde ich es auf jeden Fall berücksichtigen, und werde es euch dann eventuell zeigen und antesten, wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, weil, je nachdem, habe ich das Spiel selber nicht, und muss ich mir erst auch noch besorgen, und da ich auch nur ein Normalverdiener bin, kann ich das euch nicht versprechen, dass ich mir ein Monat fünf Spiele für euch kaufen kann, ähm, dementsprechend, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß, und bis dann, Tschüss!